Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu der Prüfung Deutsch Test für den Beruf DTB-B2. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit Sprechen Teil 1 über ein Thema Sprechen. Unser Thema heute ist Arbeitgeber. Nun schauen wir uns gemeinsam die Aufgabe an. Beschreiben Sie einen Arbeitgeber für den Sie gearbeitet haben oder arbeiten möchten. Zum Beispiel Branche, Produkte und Dienstleistungen, Abteilungen und ihre Aufgaben, Besonderheiten. Nun schauen wir uns das Thema gemeinsam an. Zum Thema Arbeitgeber habe ich folgendes vorbereitet. Heute möchte ich einen Arbeitgeber beschreiben, für den ich arbeitete. Zuerst möchte ich den Arbeitgeber kurz darstellen. Dann möchte ich erklären, welche Aufgaben ich hatte und wie die Arbeit bei diesem Arbeitgeber war. Der Arbeitgeber ist eine Grundschule, für die ich bis 2018 arbeitete. Die Grundschule befindet sich in der Stadt Kairo in Ägypten. In dieser Schule lernen ca. 600 Schülerinnen und Schüler und sind etwa 50 Lehrkräfte tätig. In Ägypten gehen die Kinder mit 6 Jahren in die Grundschule und bleiben in der Regel 6 Jahre dort. Die Kinder haben die Schulfächer Arabisch, Englisch, Mathematik, Geografie, Geschichte und Religion. Ich unterrichtete Arabisch in der ersten Klasse. Die ersten Klassen hatten 20 bis 30 Schülerinnen und Schüler. Außer mir gab es 5 weitere Kolleginnen und Kollegen, die die anderen Schulfächer in den ersten Klassen unterrichteten. Zu meinen Aufgaben gehörte, den Unterricht zu planen und vorzubereiten, Hausaufgaben zu korrigieren, Tests abzunehmen und zu korrigieren. Am Ende des Schuljahres hatten die Schülerinnen und Schüler eine Prüfung, wo wir die Aufsicht übernehmen mussten. Der Schulleiter ist ein sehr kompetenter und respektvoller Mensch. Er bemühte sich darum, dass alle Lehrkräfte die beste Arbeitsatmosphäre hatten und die Schülerinnen und Schüler gut lernten. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihm und er unterstützte mich bei allen Fragen und Problemen. Die Kolleginnen und Kollegen waren sehr nett und helfsbereit. Was mir nicht gefiel ist, dass das Gehalt leider sehr niedrig war und wir selten Fortbildungen hatten. Ansonsten machte die Arbeit mit Kindern Spaß und ich war mit der Arbeit sehr zufrieden. Das war Teil 1a. Nun schauen wir uns Teil 1b Prüferfragen an. Eine Frage wäre, wie lange arbeiteten Sie an der Grundschule und warum hörten Sie mit der Arbeit auf? Diese Frage kann man so beantworten. An der Grundschule arbeitete ich von 2015 bis 2018. 2018 bekam meine Frau eine Arbeitsstelle in Deutschland und ich begleitete sie. Zunächst stellte ich einen Antrag auf einen unbezahlten Urlaub. Dann entschied ich mich, in Deutschland zu bleiben und einen Beruf zu lernen. Eine zweite Frage wäre, würden Sie gern als Grundschullehrer, Lehrerin wieder arbeiten? Auf diese Frage kann man so antworten. Die Arbeit als Grundschullehrerin macht mir Spaß, aber die Anforderungen in Deutschland sind sehr hoch. Man braucht vor allem sehr gute Deutschkenntnisse und eine Anerkennung der Berufsqualifikation. Das packe ich derzeit leider nicht. Und jetzt können wir uns Teil 1c anschauen. Erläuterung eines Aspekts. Da kann man die Frage bekommen. Der Teilnehmer A hat über seine Aufgaben bei der Arbeit gesprochen. Das habe ich leider nicht ganz verstanden. Können Sie mir das noch einmal erläutern? Da kann man sagen. Ja gern. Der Teilnehmer A hatte verschiedene Aufgaben an der Grundschule. Er musste den Unterricht planen und vorbereiten. Außerdem musste er Hausaufgaben korrigieren, Tests abnehmen und korrigieren. Noch dazu musste er Aufsicht bei den Prüfungen am Jahresende übernehmen. Das war das Thema Arbeitgeber DTB B2. Am besten ist es so, dass ihr selbst euren eigenen Text schreibt, weil die Prüfer, Prüferinnen schnell erkennen können, dass man den Text nur auswendig gelernt hat. Deshalb würde ich euch empfehlen, einen eigenen Text zu schreiben. Ihr könnt mir gerne den Text schicken. Den Text kann ich korrigieren und euch wieder zurück schicken. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. isch